Unsere Landwirtschaft befindet sich im Wandel. Sie muss nachhaltiger werden für mehr Artenvielfalt, Klimaschutz und gesündere Böden. Gleichzeitig müssen auch immer mehr Menschen ernährt werden unter klimatisch erschwerten Bedingungen. Eines ist klar, unsere Land- und Ernährungswirtschaft braucht ein Update. Digitale Anwendungen auf dem Acker und im Stall machen die Landwirtschaft ökologischer, resilienter und tiergerechter. Neue datenbasierte Geschäftsmodelle stellen Landwirten und Landwirte in den Mittelpunkt der Transformation. Foodtech-Lösungen machen die Lebensmittelkette transparenter und für Verbraucherinnen und Verbraucher nachvollziehbar. Über diese und viele weitere Themen sprechen wir auf der Digital Farming Conference 2023, die Plattform für die digitale Transformation der Land- und Ernährungswirtschaft. Lasst uns den Wandel heute zusammen voranbringen. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal.